Baddha Konasana in Mayurasana, auch genannt Baddha Konamayurasana oder ganz einfach Baddha Pada Mayurasana. Felix, Yoga-Lehrer bei Yoga Vidya, zeigt wie es geht. Vom Fersensitz ausgehend, gib die Ellbogen in die Nabelgegend, halte den Kopf oben und anstatt die Beine auszustrecken, wie im normalen Mayurasana, hältst du die Knie gebeugt und gibst die Fußsohlen zusammen, ähnlich wie im Schmetterling. Diese Stellung ist Baddha Konasana Mayurasana oder eben Baddha Konamayurasana. Alle Informationen über alle Variationen des Pfaus findest du auf www.yoga-vidya.de und in der Yoga Vidya App. Und in der Yoga Vidya App.